Ja, wir haben natürlich auch Puppen mit Haaren, das ist ja für Kinder sehr wichtig zum Spielen und Kämmen, Stylen. Unsere Haare haben eine sehr gute Qualität, sind ganz eng geknüpft, sind waschbar und verfilzen nicht. Wunderbar, dichtes Haar. Dichtes Haar, genau. Und das Mädchen mit längerem Haar, eben auch sehr gut kennbar und verfilzt nicht. Ich bin mit Spielzeug gerne in die Badewanne gegangen, geht das mit ihr auch? Das geht auch, das ist eine besondere Badepuppe. Ach, die gibt es, das sind ja extra Badepuppe. Ja, das sind extra, das ist einmal die Lilly und Leon heißen die Badepuppen und das Besondere ist, sie sitzen auf ihrer eigenen Ente. Also man kann die Puppe auf die Ente setzen und mit beiden in die Badewanne gehen. Sind absolut wasserdicht. Darf ich mal sehen? Ja, gerne. Ja, die kann man heben. Ja, schön. Ah, und das ist abnehmbar, es schwimmt. Genau, ist abnehmbar. Die Puppe kann rauf. Kann rauf. Die Kleidung der Puppe ist aus einem Stoff wie unsere Badekleidung gemacht, das heißt, die trocknet dann sehr schnell. Und mit Augenbewegung. Genau, ja, mit Augenbewegung. Schönes Modell.